Ja, hallo und erstmal ein dickes Entschuldigung, aber wir haben jetzt die Olle-Ratte, die man sehen kann da unten im Käfig. Genau, ihr musstet nämlich einen ganz, ganz alten Spielstand laden, aber dadurch haben wir uns gedacht, wir laden jetzt gleich wieder hierher. Das müsste ja nicht alles doppelt und dreifach gucken, okay. Weil die musst du ja nämlich im Käfig einfangen, hä hä. Genau, und ich nicht nicht, die hatten wir. Ich kann die bestimmt da reinschmeißen, wa? Ja, oder? Ich probier's mal einfach. Ratte in den Vorratsraum. Ich hab keinen Erlaubnis, die Ratte in den Vorratsraum zu schmeißen, das ist schade. Doof. Was ist das für ein Signal hier? Vielleicht muss ich die ablenken. Zieh mal dran, ne? Ja, gute Idee. Tuut. Ja, das hört ihn nicht. Und wenn du die Ratte irgendwie draußen rauslässt, vor dem Vorratsraum? Aber wie? Ähm... Geht immer Maschinenraum. Achso. Nicht heiz er raus! Okay, und wenn du dich hinter den Typen stellst und dann die Ratte freilässt? Ja, ich muss irgendwo in den Klecken. Oder muss ich bloß die benutzen Tastrücken? Ah, Mensch! Ah! Da drin ist tatsächlich eine Ratte! Hab ich doch gesagt! Und was für ein ekelhaftes Fisch! Sie sieht irgendwie total ausgehungert aus. Fand ich zwar jetzt nicht, aber egal! Oh, jetzt ist es ausgestockt. Die wird uns doch hier nicht alles wegfressen! Wir retten das doch! Hehehe! Wir müssen was unternehmen! Viel Spaß dabei! Das Biest schaut ziemlich gemein aus! Ja. Ich gehe da nicht rein! Ich habe Angst vor Ratten! Also ich nicht! Du meinst, du würdest? Ja klar doch! Aber immer! Jetzt! Sofort? Ja, sicher! Klar! Logo! Äh, gut, dann tu es! Ich schrubb so lange das Deck weiter! Mein Deutsch war auch schon mal besser! Ich kann da nichts hineinschauen! Viel Glück! Hinschauen! Glück spielt dabei keine Rolle, sondern nur Intelligenz und Grünes! Genau, du sollst ja mehr coole Sprüche bringen, wurde ja gesagt! Du nicht hast, ja! Das Gewissen sagte das! Na toll, dann können wir jetzt da rein! Ui! Können wir die wieder mitnehmen? Auch gerade nachgedacht, bestimmt, wa? Ja, ja, das ist doch gut zu, so eine Rattegut ist alles, wa? Öl, Heizhammer, hey! Alles mitnehmen! Heizer Öl und Heizermontur! Na, das ist doch klasse! Das konnte ich nicht mehr! Das würde ich nehmen! Ah! Das muss schwierig aussehen! Was ist das, der Cracker? Schiffszwieback! Ja, nimm mit! Gegen Übelkeit, oder was? Ja, unter anderem, ja, uralter Schiffszwieback und teils die einzige Nahrung, die es dann auf so Schiffen noch gab, weil das am längsten haltbar war! Ja, ich dachte, da sind Tomaten auch drin, schade! Ne, leider nicht! Keine Tomaten in Dosen oder so! Ne, wir gehen mal zum Heizer, wa? Vielleicht lässt er uns jetzt rein! Das kann natürlich sein! Guck mal, der ist offen auf einmal, der Maschinenraum! Mal gucken, ne? Ah, weil wir die Heizermontur anhaben, vielleicht! Jo! Ah! Aha! Ja, dann rütt doch mal ne Runde mit dem! Ah, dann kannst du da runtergehen! Ne, ist ja auch gar nichts, außer er! Okay! Ja! Was gibt es, Kombo? Ähm, ich bin da eine Ablösung! Du darfst Pause machen! Ah, endlich Pause, du! Das Wort habe ich noch nie gehört hier drin! Na, dann wird es aber doch mal langsam Zeit, oder meinst du nicht? Ja, schon, ne? Es stimmt, da gibt es nur ein Problem! Und das wäre? Äh, was soll ich mit meiner Freizeit anfangen? Ich will nicht frei haben! Hm, wie wäre es mit Schlafen für die nächsten paar Jahre oder Jahrhunderte oder Jahrtausende? Eine tolle Idee, danke, Portnall! Äh, viel Glück hier auch! Ach, das ging ja relativ flott! Ach, ich bin auch ziemlich doof und beschränkt in der Birne, muss ich mal sagen! Und sieh aus wie Mario, genau! Ja, stimmt! Ob das so eine Anspielung ist? Mensch, du echt! Und er ist wie EG, nur im Blau! Ah, guck mal, jetzt können wir den Hebel ziehen! Ein Hebel! Ein langer Hebel! Da muss man immer dran ziehen! Ja! Hier gibt es eine Anleitung in so, Plakette! Sieht so schmutzig aus, guck mal, die müssen bestimmt sauber wischen! Ja! Sag ich doch! Zu schmutzig! Wie in Kings Passien! Sagen wir mal die Trufose nehmen? Ah, ja, 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 ja! Das ist doch auch in echt so, meistens! Oh! Oh, schade! Ah, ich... Mit der Schlange? Hahaha! Ich glaube, wir können nichts machen, momentan! Haben wir doch nichts! Ähm... Dann lass uns doch mal... Hm... Da können wir den Hebel nicht drücken, die Plakette haben wir nicht zu sagen! Vielleicht brauchen wir Lolottes grüne Sockel aus Kings Pass 7 dafür! Ruf mal an, da, bei Kings Pass 7! Genau! So! Ich bin mit dem Werkzeug freischrumpen! Nee! Auch nicht! Nee, du, da haben wir nichts! Nee! Ach, dann fahren wir doch mal in die Uhrzeitwelt oder so, oder? Ich sehe nichts mehr, wo ist das in die Hupe gut? Keine Ahnung! Ich zieh nochmal dran! Ja! Zum Abschluss hier! Von Willen Westen! Gut! Hahaha! Was wirklich tut im Spiel? So, den drehen wir nachher hintern hier! Und dann gehen wir nach Hause! Auch ja! Okay, in die Uhrzeit! Fahr mal! Die gewünscht die Dame! So! Ja, weil da waren wir ja noch nicht und da bin ich jetzt auch ganz gespannt drauf! Ich auch! Es gibt bestimmt Dinosaurier oder sowas! Oder Affenmenschen! So ein Browser-Adventure-Game, äh, Pandas Adventures in Time mit so einem kleinen Panda-Bär! Aha! Und der muss auch dauernd kreuz-ungefähr durch alle möglichen Zeiten reisen! Das ist auch ganz niedlich, das Spiel-like! Kenn ich, kenn ich gar nicht! Das! Oh! Ein Dornbusch! Da ist jetzt Jesus drin oder Gott oder so! Eine... Liane! Können wir die nehmen, Liane? Wir hatten mal bei uns eine Kollegin in der Firma, die sieht auch Liane mit Vornamen! Schön! Wir haben ja noch nicht gehört! Doch, das ist aber eigentlich ein, äh, relativ... Kann ich nicht nehmen! Aber guck mal! Au ja! Vielleicht ist das eine Schnipp-Schapp-Schere! Das ergibt aber keinen Sinn! Du gibst auch keinen Sinn, du Bengel! Nee! Aber sag mal, kannst du mit dem Dino reden? Nee! Den Säuber sind Tiere, mit dem kann man nicht reden! Äh, kannst du dir was zu essen geben? Äh, was hätten sie denn gern? Ist das denn die Ratte oder die Schlange? Oder mich selbst? Nee, wir haben ja nicht noch... Oh, wir haben ja nicht Schiffs-Zwieback irgendwoher! Stimmt! Man zerfrisst sowas! Weil ich kann hier ja nichts anklicken, ist ja nichts da! Streu doch mal irgendwo anders hin! Vielleicht benutzen oder so? Nee! Dornbusch! Ah! Ah! Der hat die Höhle frei gemacht! Guck! Weil wir da die Cracker reingehauen haben in den Busch! Ah! Super! Ja! Ist schon klar! So, rein in die Höhle! Ja, na klar! Woah! Wer ist das? JP? Regisseur? Ist das Steven Spielberg? Nee, JP kann ja nicht sein! Der Bart passt so zu ihm! JP? Ist auch nicht James Cameron! Nee! Wer es weiß, schreibt uns bitte einen Kommentar! Schalter, schalter, schalter! Alter, schalter, schalter! Toll! Schalter, alter Verwalter! Ich hoffe es ist kein Kombinationsrätsel oder so ein Mist! Ja, das hoffe ich auch! Dann red doch mal mit dem! Warte mal kurz gucken! Okay! Okay! Vielleicht dreht er hier so ein Jurassic Park oder sowas! Ähm, okay! Hallo! Hallo! Das kann natürlich sein, dass es doch Steven Spielberg ist! Hm, was, was störst du mich in meiner Concentration? Ähm, da konzentrassier und wer sind sie denn überhaupt? Ich bin Steven Spielberg! Äh, aber du kennst mich nicht! Ich bin ein berühmter Regisseur, Junge! Ähm, ein Regisseur und der Saurier, das kann doch nur eins bedeuten! Genau! Ich bin nämlich der Steven! Ah! Wow! Und was tun Sie hier, Herr, äh, Steven? Äh, ich heiße Steven Gäthchen! Äh, Spielberg, Verzeihung! Hahaha! Äh, ich warte auf meine Crew, damit wir die Filmarbeiten endlich beginnen können! Äh, was Filmarbeiten, weil, mit Filmarbeiten denn? Wieso Filmarbeiten? Was, wieso, warum? Ja, weil ich redest selber, Junge! Die Arbeiten zu Dinos trempeln auf uns rum, Teil 2 natürlich! Ähm, so, wie ist denn die Story des Films? Erzähl doch mal! Ja, also, ganz unwichtig, ne? Hauptsache, das Publikum bekommt wieder ein paar echt wirkende Saurier zu sehen! Na, da sitzen Sie ja hier voll an der Quelle! Jo! Was, äh, oh nein, ich filme keine echten Saurier, aber die Kulisse ist perfekt! Hm! Was meinen Sie, damit Sie filmen keine echten Saurier? Hä? Verstehe ich nicht! Ich filme in dieser Landschaft und kopiere dann später Computer-Dinos in den Film hinein! Geil, ne? Aber hier gibt es doch schon Computer-Dinos, Mello! Oder so! Du, werd mal nicht frech, Bengel, ne? Sonst fliegst du raus aus der Produktion! Äh, nicht bevor ich meine Freundin gerettet habe, hoffe ich jedenfalls mal! Hm, sonst hast du deine Freundin retten? Daraus könnte man wahrscheinlich einen tollen Film machen! Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Oh Gott, oh Gott, zieh mal deinen Hund zurück, Junge! Hahahaha! Warum regst du dich so auf? The show must go on! Bevor ich etwas Unfeiles, extrem Unfeiles sage, sage ich lieber GAR nichts! Hm! Ist das normal mit dem Schwarzen? Ich weiß nicht, müssen wir? Weiß ich nicht! Ich will nicht, ich will doch den Schalter drücken hier! Gucken wir mal! Okay! Hey, Holla, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte mir nur mal dieses Terminal näher ansehen. Du hast eine Terminal überhaupt nicht zu suchen, Junge. Aber ich interessiere mich nur mal für Computer aller Art. Sie, dummer Steven, Sie. Interessant, aber nicht für mich. Also fasse das Terminal bitte nicht an. Und ich fürchte, wir müssen den irgendwie vertreiben. Nur fragt sich es Sie. Das müssen wir rausfinden. Na, wir, glaube, da brauchen wir mal mit dem reden. Oh Gott. Ja, toller Befehlstun. Oh. Hm, vielleicht können wir noch was schenken. Schlange. Nein. Äh. Äh. Was tue ich denn da? Du bist offensichtlich dabei, mein Filmprojekt in Gefahr zu bringen, Junge. Äh, was für ein Filmprojekt, das hatten wir zwar schon, aber egal. Ja. Ja. Ihr wisst schon, ja, sogar in diesem Spiel, blabla. Ähm. Sag mal, ich kann nicht fliegen. Ne. Lade ich, ich gehe wirklich. Ähm. Oh, scheiße. Ja, das ist ja jetzt nochmal. Ich habe ja immer noch mal Schleife, äh, 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 das tue ich da nicht. Ja, mal, normal. Ich habe mein eigenes Projekt, genau das hat man jetzt noch nicht. Das ist ja, ja, au ja. Genau, wie das mal. Was hat man denn? Mit diesem Computer-Terminal kann man die Wachstumsvergänge einiger Dinos kontrollieren, Junge. Ähm, was soll das bedeuten? Ganz einfach, Junge, wenn du sie betätigst, altert und wachsen die Sauber, ganz einfach, Junge. Ganz einfach, aha, und wie soll das bitte funktionieren? Ganz einfach, Junge, eine gute Frage, ich habe keine Ahnung, Junge. Und woher beziehen Sie dann all Ihr phänomenales Wissen? Simpel, Junge, ich habe natürlich auch bei diesem Spiel hier Regie geführt, Junge. Ach, so, Liebeszeit. Ähm, ja, dann wissen Sie vielleicht auch, wie dieses Spiel hier ausgeht. Oder nicht? Klar, ich bin der Regisseur, Junge. Und werde ich es schaffen? Gibt es ein Happy End? Das kann ich dir nicht sagen, Junge. Du agierst viel natürlicher, wenn du es nicht weißt. Es wäre der Zeitpunkt dafür. Beruhig dich doch, Junge. Das hatten wir schon. Nichts lieber als das, großer Meister, hatten wir noch nicht. Ach, das ist doch so frech. Ja, eben. Aber denke doch, Junge, wenn du weiterhin mitmachst, wirst du wahrscheinlich ein großer Star, Junge. Äh, ein Star? Durch dieses Spiel? Ich habe auch keinen Plan, was wir jetzt machen. Auch nicht. Klar doch, Junge. Denk doch an all die anderen Adventure-Helden. Guybrush, Dr. Fred, Indiana Jones, Larry. Äh, da ist was dran. Okay, ich mache weiter. Danke für den Tipp. Ah, ihr Lieben, wir gucken mal, wie es weitergeht. Nächstes Mal, oder? Und damit ist das Schlusswort gesetzt für diese Folge. Echt? Ich habe jetzt keine Böcke mehr auf Steven. Wir salutieren Steven nochmal für die ganzen Filme, die er gedreht hat oder verbrochen hat, wie auch immer. So, ich habe salutiert eben. Oh, Gott, nee. Haha. Ich verabschiede uns von JP und sage, bis demnächst. Jo, bleib dran. Nein. Aaaah.